Mein nächstes Projekt, das Pilzhaus. Dafür brauchen wir ein wenig Holz. Das wird dann auch meine Bleibe sein. Klein, aber fein sein. Ich nehme einfach alles mit. Kann ja nicht schaden. So, erstmal. Und mein nächstes Projekt, das ist eigentlich kein Projekt. Bist du runter? Naja, ich mache die Insel flach. Achso. Ja, deswegen. Okay, das ist kein Projekt. So, jetzt haben wir auch eine schöne Verbindung. Verdammt! Ein zweiter links. Ja. So ist es schön. Was hast du falsch gemacht? Es war nicht synchron. Symmetrisch, meine ich. Euch. Ich nehme das richtig auf. Das sage ich sehr oft so. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich finde, es ist etwas zu ruhig heute. Das meistgesagteste Wort von Kronk ist ja. So. Ja. So. Ja. Da verstehe ich ihn. jede Menge rein. Teddy Bear Queen. Ja. Okay, jetzt sieht das Ganze aus wie ein Block. Ich leh' mir aus wie ein schlechter Leuchtturm. Das war schön an mir jetzt. Also erstmal brauch' ich ne Axt. Dann eine Tür. Und Leidherren. Oh mein Gott, mein ganzes Holz ist fast weg. Naja, für das Haus will's noch reichen. Will's ein großes Haus dann nur so ein... Kleines Holz. So ein Haus. Ja, so. Hier, das sieht schön aus. Das ist sexy. Das ist Kunst. Du hast es mitbekommen, dass in Osir in der Dunkel, da mit in Ukraine oder wo das war, sich so Politiker in einer Versammlung zusammengeschlagen haben. Ja. Oh, hätte Klitschko doch mitgemacht. Das wäre ja... Das wäre ja... Oha. Der war aber ganz ruhig gewesen. Ja. Ja, mit dem legt sich auch keiner an. Das ist ja nicht lebensmüde. Das wäre ja auch dumm gewesen. Der hat mitgemacht. Auf so einem Niveau lässt er sich auch nicht rummachen. Ja. Das muss ich mir überlegen. So Politiker schlagen sich zusammen. Ja. Und ein Boxer bleibt ruhig. Was ich das noch erleben darf. Ja, weil es geht ja eh die Welt runter. Ja. Alt ist es ja soweit. Gut. Morgen geht's dann weiter. Mit dem Bauern. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist Nacht. Seh doch. Jetzt geht's. Hahaha. Uuuuh. So wieder fünf Minuten rum. Und wir haben noch nichts gebaut. Irgendwie geht die Zeit schnell rum, wenn man Minecraft zockt. Ja. Und das Schlimme ist, man macht in der Zeit eigentlich fast nichts. Ja. Oh, dann sterb doch. Ja. Gut. Das geht aber schnell. Ja. Du musst aber nur drauf tippen. Mit der Taste. Geil. Soll ich mir ein Dach machen? Ja. Ja. Das ist kein Creative Mode. Gut. Gut. Wie viel Glas habe ich? 27. Das reicht. Und hast du wieder neue Nachrichten von der Katja Burkhard oder so? Nein. Ich habe keine neuen Nachrichten von der Katja Burkhard. Ich habe keine neuen Nachrichten von der Katja Burkhard. Ich habe nichts gewissen. Das ist alles. Nur dass das Haus schöner ist. Nein. Es war jetzt Selbstdummheit. Das ebenfalls. so ein schönes häuschen hier so viel wasser zu viel das wird natürlich nicht mein haupthaus sein nur so jetzt zum übergang zum nächsten projekt gut zum glück ist der part bald vorbei denn ich habe keine ahnung mehr was ich jetzt noch machen soll ist der schalter fertig nein noch nicht schade so das kommt da rein das kommt auch da cool jetzt habe ich ein 20 rote pilze die zu bewerben ja das wäre richtig klingt zwar nicht viel ja du musst man kann leider nicht decken deshalb blöd ja das ist so mein ding ist auch flach der aus der last was ist denn das alter was das was du da gerade das hier damit ich weiß wo hier die monster fall ist ach so ein zombie der ist unnötig deswegen tut es wenig nur wenn es nicht mehr vielleicht oder nicht dann lassen wir dich das noch zubauen dann werden wir den part beenden im nächsten part haben wir dann bestimmt neue ideen hoffe ich zumindest ja bis zum oh 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 gut jetzt aber oder ja bis zum nächsten part bis zum oh oh ab bis zum oh